okay wo will er jetzt hin ich hab's nicht verstanden im biolab gegen den biolab ich hab's nicht verstanden im hier biolab außerdem wir brauchen den hier ne junge die ich positioniere ist viel zu strategisch wichtig man kann die leute schon abfahren versuchen was sind das hier für wörter ich frage überlegt mir gerade was aber ist ziemlich unterlegen und das problem ist sie haben wie viele wie viel ist noch von denen in der luft einfach neue da wohin geht es überhaupt er wird hier geblieben hier ist das ist riskant hätten wahrscheinlich gesehen da ist eine leichte zu A die sind bei B die sind überall Spaß wir müssen uns mal ein bisschen mehr sammeln ach komm schon jetzt Max ist halt unten im Hauptraum da steht ein Sandor den können wir glaube ich relativ leicht kaputt kriegen wo ah ich sehe ihn auf der Karte ja ich glaube da leg mal eine Spawnbild wie soll ich da hinkommen den musst du ich will jetzt einfach mal eine Truppe einsetzen ich lauf schon hin und mach da einen Truppe einsetzen ich sehe den nicht immer wo steht der der ist wahrscheinlich weckt ja da laufen schon Alphas hin vielleicht haben die ihn schon gekriegt jeder ist noch da komm sterb doch jetzt ist er nicht mehr da gerade wo ich angekommen der lebt ja noch die Alphas haben schon gesprengt ne ich war das ja und du ich habe es noch gesehen wie du weggelaufen bist Vorsicht Mossi also bitte ich bin ein treuer Inkala ich laufe nicht weg ich bin weggefallen ich bin weggestorben der hat das meinte ich ich bin AA-Maxus definitiv wir das brauchen wer hat AA-Maxus wir sollten vielleicht gucken dass wir C zurückerobern ja aber solange ja diese ganzen Lips hier rumeiern ist das ziemlich schwierig da dann bräuchte ich auch jemanden der einen Ingenieur da neben hinstellt hat der Liberator in die Luft die akzeptiert ja das kann ich machen Liberator weg gut dann haben wir nur noch eine Mossi die ich gerade auf der Karte sehe ne der Liberator ist noch da aber der hat gerade einen Racer für mich getötet ha 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 geil gemacht ich habe sie viel dran geklebt er hat auch zugeschossen oah was zur blöder Raketenwerfer Kettenwerfer naja ich habe gerade den Trailer zum besten Film der Welt gesehen ich bin gleich wieder dran, komm ich um die A-Max oben oah ah schnappen Alpha das könnt ihr vielleicht mal A sichern wir versuchen mir draußen noch ein bisschen aufzuräumen wie viele Moskitos haben wir? zu viele nö ich finde es gut dass C unser ist ich finde es toll dass ich A nicht cappen konnte nö ach wahrscheinlich auch noch einer stand ja in das Westennest rein nö können wir nicht tauschen wo sollen wir hin? zum platoon waypoint ins Westen da wo die Sundys stehen und die Panzer ja C ist vielleicht eine bessere Idee bleib mit Max oben kümmern um den Blitz bin schon dabei, bin schon dabei sonst ist es jetzt wieder live er wird gleich down er hört Blitz, bleib stehen ich kann mich sonst nicht rettorieren ich heil ich kann trotzdem schon defizitiert werden neuerdings ja das ist das ist verfackt einfach nur komm rein er verwehe ich dich um er war da nicht ein Spionix neben mir? verdammt er ist komplett leer aber ich stehe hier alleine das macht mir angst der Libby ist abgezogen keine Sorge der kommt aber wieder er muss nur mal kurz reparieren wahrscheinlich und jetzt bin ich wieder tot wo seid ihr alle? ja wir sammeln uns mal ich hab gar nicht gesehen dass ihr schon losgelaufen seid ich sage jetzt bitte spawnen, bitte warten Libby kommt wieder das ist Alpha ah Jungs sag mal jemand wir sind beschäftigt los jetzt ja wir gehen da runter ja wir hören dich ich hab back mit meiner AA ist das schlimmste weiter 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 wir sammeln uns grad ne wir sind eigentlich schon ne die Liberator ist so schuldig ich hab meine AA back verpackt grad ich kann kein damage mehr machen wechseln wechseln ein paar mal hin und her das wirkt bei mir nicht das wirkt bei mir nicht ich muss jetzt über das Wohneinheiten schieben dann gehts bei mir ich lauf nicht weg keine Sorge ah versuchen wir uns nochmal zu sammeln das hat grad nicht geklappt also alle die jetzt spawnen oben warten Starkiller bitte nochmal ja ich muss grad selber üben bei der selben Stelle ja toll warte 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 ich bin ich bin der getarnte Medic ey mich sieht kein Schwein irgendwie halten mich alle für ihre Leute hinter uns was war das für ein Typ wollt ihr nicht sterben ja und ich nö noch hab ich Lust zu leben KF Frick Stahl hier geblieben wo geht ihr denn hin wo willst du denn hin äh 10 moin moin ok jetzt müssen wir nach A hallo Lemmy abo abo seid ihr noch hin wenn wir für Brau erstmal einen Sammelpunkt machen bevor wir irgendwo hin stürmen der Spawnpunkt das Problem ist aus der Tür raus und tot ja ich hab's gesehen also eigentlich hab ich's nicht gesehen weil ich gesagt es mir morgen war dieses Team äh Leader-Treffen gell trefft euch mal bei A am Samstag war's oh guck mal wir haben's doch geschafft diesen Samstag ich dachte wir haben das gemacht jetzt am Samstag nee das ist noch nicht also wir waren das nicht doch das waren wir oah komm jetzt mal alle zu A rein bitte einmal heilen bei A ja neukrank so mitgekommen bin ich auch soo Scheiße kam ich auch rein hier fuck keine Ahnung was die da mal schießen es war ein Punkt es war ein Punkt es war ein Punkt es war ein Punkt äh äh musst du B.U.I. fragen ich überleg grad äh wo wir jetzt weiter gehen ich glaub äh C ist andere Richtung weil C sind grad äh ist eine Max-Einhaltung 3-3 was soll mit sollten wir fertig werden oder hüpft hier runter kommt mal her Dora komm mal weg Scheiße das Scheiße das ist nicht der Punkt C das Problem ist dort hin zu kommen ich weiß scheiß die schweben direkt vorm Finster man das ist halt die schweben direkt vorm Finster man ja holt mal ein paar Shrike raus und holst sie damit runter Wollt ihr denn ein Level einladen? äh ja wenn du online bist ja bin ich ja bin ich einfach einmal kann unten unten ist es fast sicher durch den Teleporter und den okay durch den Tele.. okay dann sammeln die uns unten im Teleporter rum ähm Leute mal kurz wie viel sei der denn noch ingame? fine Lemmy ist jetzt noch beigetreten kann er das nicht spielen? dann äh ja irgendwie gerade nicht deswegen ähm dann legen wir mal die Trupps wieder zusammen würde ich sagen oder verteilen die neu ähm möchte jemand von euch den Platoon-Lied übernehmen Au 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 ich habe jetzt wichtige Telefonate zu führen und kann zwar denn dessen spielen aber nicht mehr mit euch reden ich bin nur bis zum neun bis zum acht hier ich küsse ich war ein bisschen mehr verhalten okay das mit unten ist sicher als oben ist jetzt nicht mehr der Fall aber wir sitzen noch im wir sitzen noch im Spawn äh wir sitzen eigentlich im Teleporterraum aber ihr lauft irgendwie immer zu raus Leute äh wer möchte es denn mal kurz übernehmen von mich? weil irgendjemand brauche ich jetzt ich muss nämlich relativ schnell das abgeben löst den einfach auf und die kommen von alleine rüber vor die Treppe shit shit ja gut wenn nicht mehr Leute kommen Börser kann ich davon ausgehen dass du das jetzt machen möchtest? eigentlich nicht Lemmy wie sieht es mit dir aus? ich bin nur ne halbe Stunde da weiter dann muss ich wieder einen suchen wer hat denn gerade sonst löst deinen Trupp doch auf Neukrank? Starkiller? kommt ihr mit? äh wo willst du? ich bin vor dir ja soviel dazu spielst du ja oh Gott hat einer von euch daran gedacht erstmal kurz hochzulaufen und die Treppe zu säubern? ich hab nur daran gedacht umzufallen und weil du nicht nach ihr gefuckt hast? Lemmy wie meinst du das mit Trupp auflösen? ja ja sonst sagt er deinen Jungs einfach du löst den auf und die werden dann eingeladen fertig wer eingeladen will meldet sich einfach wer eingeladen werden will würde ich vorschlagen aber mir bringt das eh nichts ich bin schon wieder direkt rauf geflogen also einfach eine Karte ja wie gesagt wir sind gerade nur drei also komplett einen Bravo-Trupp voll mhm ich würde dann einfach mal sagen ich schieb die einfach mal rüber zu euch mhm dann gebe ich jetzt einfach mal kurz dem lieben Skillking den Platoonführer ok der ist auch immer noch AFK dann gebe ich es mal dem lieben Starkiller jo und der zieht mich dann mal kurz rüber ah ne Skillking ist nicht mehr AFK oder? Achtung ähm ja ich bin mal raus das hat irgendwie auch wieder keine richtigen ja die ganze beim hart gestürzt Lemmy machs gut ja achso hast du das mit mit dem Treffen schon Mist aber ich denke das hat er schon mitbekommen oder? ja das habe ich ihm schon gesagt gut gut kommt mal jetzt ach scheiße 1 bis nein wir verpissen uns von da das hat keinen Sinn mehr das hat keinen Sinn mehr achso du bist ja du bist Platoon lead gut sag du du hast jetzt Trupp lead oh gut dann verpissen wir uns zum worab geht ähm ich ladet mich Entschuldigung ich wollte ja nicht ins Wort fallen was? ich wollte ja nicht ins Wort fallen ich dachte nein was wolltest du? was wolltest du? mich dass ihr mich mal kurz einlädt einlädt also dann genau durch das Regal du vollidiot man wie wäre es wenn ihr jetzt einfach mal ans warpgate kommt so wie ich es gesagt habe egal ob ihr noch lebt oder nicht weil da drüben könnt ihr eh nicht mehr reißen oh eine Sekunde vorm verlegen schießt eine Nossi auf mich passiert so ich will jetzt aber mal kurz AFK was essen okay wir sind jetzt wirklich nicht viele und wir haben leider keine Rednecks zur Flankensicherung mhm aber wir werden mal versuchen zumindest möglichst viel Schaden mit einer Panzerlinie aufzubauen also Rehazer nimm mich mal aus der Dingsgleichung raus was du da planst weil ich will jetzt erstmal was essen ja gut ich muss noch zwei weitere rausnehmen dann haben wir hier schon zu wenig Leute Leute ganz ehrlich wenn ihr essen geht oder sowas dann geht doch einfach mal aus dem Trupp raus man kann euch ja wieder einladen ist ja nicht mehr so als würdet ihr nicht zugehören aber man erleichtert den Truppli dann einfach die Planung finde ich ja ähm jetzt lass mich mal nachdenken ne wir könnten es zumindest probieren äh holt euch mal wieder Vanguards ne Munitions-Thunderer und ne Skyguard ich glaub eine würde reichen wir hatten den jetzt doch ein paar zerschossen ähm ich stell schon mal ein Vanguards bei mir steht auch ein Vanguards ich stell auch ein Vanguards ne wir letzten mal Munitions-Thunderer und jetzt will ich bitte auch sein Neo, mach ich den Gunner? ähm bisschen schneller bitte ich stell doch keinen Vanguards wer holt den Sunderer? wer holt den Sunderer? kurz aufs Klo ok kurz aufs Klo holt den Sunderer wir holen nur einen Vanguards oder brauchen wir jemanden zu schützen? wir brauchen hier noch ein paar Schützen ich hab schon einen Vanguards ich möchte jetzt mal endlich hören wer den Sunderer holt also ich hab keinen Munitions-Thunderer ja dann hol ihn halt gut ich hab keinen ja nein ich hab keinen Pontius holt ihn nochmal ok eine Skyguard besitze ich leider nicht noch nicht ich hätte eine hab jetzt noch einen Vanguards ähm ich hätte eine Skyguard aber ich hol eine Sunderer aber ähm Leute ich sehe schon wieder vier Vanguards wie wollen wir die denn alle besetzen? und noch eine Skyguard und noch einen Sunderer die Sunderer muss ja nur mit einem Mann besetzt werden der Fahrer kann ja raushüpfen wo wir den Vanguards springen warum wir jetzt noch einen Vanguards haben ist mir zwar ein Wunder aber gut also Sunderer ist oder? Razer wieso machst du einen Vanguards? ja ich hol da einen Skyguard ich mein dein Vanguard ist ungeskillt sorry aber mein Vanguards ist nicht ungeskillt das Schild ist fast auf Maximum hey dann gib ihm frei denn übernehme ich ihn kurz ja mein Gott dann hast du deine Ressourcen nicht ganz verschwindet das Ding ist bei weitem nicht ungeskillt Junge glaub mir hm naja warum bin ich denn nicht der Einzige der feststellt Vanguards bohren bringt grad nix weil es schon viel zu viele gibt warum bist du denn jetzt gerade der Einzige der dem Truppführer widerspricht los jetzt auf nach Two Storm Beach und das klären wir später diese widerspricht dem Truppführer einfach losfahren ich bin in einen Vanguard reingestiegen anstatt auch noch eins zu uns das klär mal jetzt später das klären wir jetzt später Skilling willst du noch mit? Skilling? nein und das ist Kiki ach so ok erst noch essen aber nachdem drei Leute gleichzeitig gesagt haben dass ein Vanguards bohren dann hab ich mir gedacht ach ne dann verzichtest du drauf das ist Kiki das ist Kiki das ist Kiki bis zum nächsten Mal Vielen Dank.